alles muss raus alles muss raus ich habe etliches aussortiert und es gibt drei teile und viel spaß beim gucken und ich muss mal gucken ich werde wahrscheinlich ein instagram account machen wo ich denn die ganzen teile anbiete und wenn jemand interesse hat der kanal aber vorbeischauen wer hätte das gedacht dass ich mich mal von meinen chocolate paletten trenne ich werde jetzt die klattern ich werde gucken welche ich von diesen paletten behalte es sind zwei vier sechs acht zehn zwölf 14 16 17 chocolate paletten und ich muss gucken welche ich davon behalte und die anderen werden werde ich ja weg geben okay lasst uns loslegen wir fangen an mit wie heißt die das ist die revolution praline die ist glaube ich genau das ist eine highlighter bronzer palette der lemon drizzle drizzle einmal benutzt beim benutzt sie wird auch aussortiert kommt auch weg die mint chocolate ja diese farben habe ich auch woanders also die liegen bei mir nur im schrank sie werden kaum benutzt und flash freut sich jemand anders drüber so jetzt haben wir hier die nude palette wirklich nur nude töne aber auch diese farben habe ich woanders drin und ist zu schade die wirklich liegen bei mir nur im schrank ja also es steht ich brauche mal hier ein bisschen mehr licht also die liegen bei mir wirklich nur im schrank und so was haben wir denn hier jetzt haben wir hier die granberry and chocolate sie die sind kaum benutzt also aber auch die kommt weg es tut mir echt leid leid salted caramel hier die salted caramel die ist noch nagelneu sieht er dies noch nicht mehr benutzt ich habe sie noch nicht mehr benutzt ich wollte unbedingt haben das habe sie noch nicht mehr benutzt also die ist nagelneu ne kommt hier rein hier so nee die geht auch weg hier die peanut butter die peanut butter die habe ich schon mal benutzt die habe ich schon mal benutzt ja aber auch ne geht auch weg so was haben wir denn hier die macarron chocolate palette die hat so grün und blaue töne und gold und ja aber auch die die liegen bei mir nur im schrank rum ich benutze sie nicht das ist die violett die hat so lila töne ich glaube die werde ich noch mal behalten da werde ich noch mal ein look mit schminken okay die behalte ich die bleibt so dann haben wir hier die strawberry cheese cake auch kaum benutzt und die geht auch weg so was haben wir denn hier jetzt revolution red velvet ja die habe ich auch benutzt sieht man ja aber sie sehen alle noch also aber die geht auch weg was haben wir hier das bei die des dies bei chocolate die dunkle hier hat auch nur neue töne die geht auch weg so was haben wir hier die golden bar ja hat auch nur neue töne ja die geht auch weg so was haben wir hier die chocolate rose gold ne die geht auch weg ne die geht auch weg ne die geht auch weg chocolate elixier da ist der einleger runtergefallen ne auch die die geht auch weg die geht auch weg so was haben wir denn hier noch die s'mores 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 ach die hat so nütchen ich glaube die behalte ich noch mal ist auch noch nagelneu die behalte ich und dann haben wir hier noch die naked naked chocolate die ist ein bisschen kaputt hier unten und die geht auch weg also 3 6 9 12 15 chocolate paletten gehen weg und die beiden die beide behalten die gehen weg ähm ja ihr seht die sind noch fast alle gut wenn sich jemand interessiert kann er sich ja gerne bei mir melden und ähm ja müsst ihr mal gucken ne wenn jemand Interesse hat meldet wir werden uns sicherlich irgendwie einig meldet euch und ähm ja ihr lieben es geht weiter mit paletten dekletter ich habe hier noch ein paar mal gucken was da noch weg geht ähm auf jeden fall habe ich hier noch diese revolution paletten die liegen wie gesagt die liegt bei mir alles nur rum und ähm die geht auch weg nochmal hier platz die geht weg dann habe ich wie heißt die denn hier die heißt iconic fever die heißt reloaded neutrals 2 die geht weg dann reloaded affection re reloaded die geht weg ist kaum benutzt so die gehen weg was haben wir hier für eine revolution palette auch kaum benutzt geht auch weg ich Leute es liegt bei mir nur rum also die die behalte ich hier von essence ist die die war die ist ganz gut hier die welt die bleibt bei mir die ähm die alicia wie heißt die denn diese ins äh youtuberin hier die palette bleibt auch bei mir auf jeden fall siehste der hat den tag gesucht damit wollte ich mich schminken so dann geht es weiter ich habe hier die schönen äh ja hier die geht auch weg die geht auch weg weg so dann werde ich mich jetzt hier auch von diesem trennen die catrice das war einer drin der mir wirklich gut gefällt aber warum soll ich jetzt einen aufheben wenn mir wenn warum soll ich alle aufheben wenn mir nur der eine gefällt das geht jetzt auch weg ist eine highlighter palette so dann habe ich hier die soft x palette von revolution hier die geht auch weg soft x äh extra spice geht auch weg ich benutze sie nicht mehr die äh bh cosmetic palette hanging in hawaii die geht auch weg ich muss mal gucken ob ich vielleicht bei instagram so ein zählkanal mache äh sale äh account wo ich die paletten verkaufe die äh silvia ghani also die silvia ghani palette die bleibt doch die bleibt die bleibt die bleibt so was haben wir hier revolution die blaue habe ich mir erst gekauft aber ich benutze sie nicht 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 wirklich also geht auch weg denn hier die roxy habe ich mir überhaupt schon benutzt ähm na die bleibt noch die teste ich noch mal ein bisschen mehr weil es sind so schöne paar farben jetzt pastellfarben drin für den sommer die bleibt erstmal noch dann habe ich ja hier die festival palette ähm die bleibt auch noch weil die hat auch schöne farben die bleibt erstmal noch so dann habe ich ja hier die love palette von ähm hat die tisch mit na die bleibt natürlich auch weil die hat wirklich schöne farben und gute qualität die bleibt so dann habe ich hier die royal affair ja 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 hm 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 hat schon schöne farben ne na die bleibt erstmal so was haben wir hier noch die BH Cosmetics Glam Reflection das war mal ein Geschenk von einige habe ich ne von der Revolution Palette habe ich auch ein paar geschenkt bekommen ähm aber die habe ich noch gar nicht probiert die bleibt erstmal noch so dann habe ich hier noch so eine von äh Essence hier so eine Bronzer Blush Palette die geht auch weg so die geht auch weg Leute es wird weniger es wird weniger die Huda Beauty die bleibt natürlich definitiv ähm die Huda Beauty Blau bleibt auch definitiv was haben wir hier äh von Primark die kann auch weg die sind gut von Primark für 3,50€ also wirklich und das ist hier so ein gepresste Glitter muss man aufpassen die kann auch weg die kann auch weg oh I'm so happy die hier die Soeva die kann weg weil die benutze ich nicht die kann auch weg so ach ne so hier die von Love die können auch weg was ist das hier das hier auch so Blush und Highlighter Palette und äh Eyeshadow die können auch weg guck mal die sind schon so eingestaubt weil die nur rum weil ich benutze sie nicht genau wie hier Bronzer Translusion Powder Blush Highlighter können auch weg jetzt zeig ich euch was halt bei mir bleibt ne also die von Colourpop bleibt auf jeden Fall weil das sind schöne Farben das sind also wie gesagt die bleibt die bleibt dann haben wir hier von Urban Decay die Born to Run ich glaube das war meine erste High End Palette das war auch High End naja obwohl benutze ich die benutze ich die nicht ja aber von der kann ich mich irgendwie nicht trennen die bleibt so dann haben wir hier Urban Decay die Naked ja ach ich glaube die war ein Fehlkauf aber irgendwie hier die Naked aber ich behalte sie erstmal noch ich werde sie nochmal mal gucken was ich machen kann naja die bleibt die bleibt so dann haben wir hier noch die Naked Reloaded das ist eigentlich eine schöne Palette vor allem finde ich das Design also sehr sehr schön das ist so Stoff und ja hab ich auch schon benutzt doch die bleibt geh rein hier so was haben wir hier die äh von Too Faced diese Gingerbread die hab ich auch schon die 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 gut benutzt aber die anderen noch gar nicht wirklich benutzt kann es nicht riechen aber die soll wohl nach Lebkuchen oder so riechen ne die kann die benutze ich nicht weiter die kann auch weg die kommt die wird auch deklar hat also die kommt weg so dann haben wir hier von DOS 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 Guck mal, da komme ich mir mit meinen Fingernälen dran. Ist das nicht furchtbar? Ist auch ein schönes Grün drin. Die bleibt auch natürlich. So, dann die von Colourpop. Auch sehr schönes Grün hier drin. Bleibt auch. Die Reception bei Shaila und Colourpop. Bleibt auch. Dann hier die Disney Designer Collection Colourpop. Bleibt auch. So, dann die von Zueva. Das war auch meine erste Zueva-Palette, die matt. Weil am Anfang mochte ich nur die matten Töne. Da mochte ich diese Schimmertöne nicht. Das war meine erste Palette von Zueva. Die bleibt natürlich auch. Ist klar, ne? Meine erste Palette von Zueva. Die war gut. Ist immer noch gut. Dann die war mal ein Geschenk von Tiger Lily, genau. Morphe, Jacqueline Hill. Und Jacqueline Hill ist eine auch wunderschöne Grüntöne drin. Die ist auch gut. Habe ich einen tollen Look mitgeschminkt. Dann nochmal Colourpop. Element of Surprise. Gucken wir uns das nochmal an. Also hier seht, ich habe immer noch genug Paletten, ne? Also, die ist auch schön. Jawohl. Die da wieder rein. So, und das ist hier auch von Colourpop eine. Ich liebe Colourpop Paletten. Habe ich mich damit schon geschminkt? Ne. Oh, guck mal hier. What the fuck. Guck dir das mal an. Sehr schön. Sehr schön. Super. Bleibt. So, was haben wir denn hier? Dann haben wir hier von Mofi und James Charles. Hoppala, die Palette. Auch schöne Farben drin. Die bleibt auch erstmal. Obwohl, ich benutze ich eigentlich... Hm. Nicht wirklich. Benutze ich die nicht wirklich, ne? Eigentlich kann die auch weg. Die Mofi kann auch weg. Die Mofi kann weg. Also die Mofi... Ach, hier die James Charles gebe ich auch weg. So, dann... Jetzt haben wir schon gesagt, dass wir die behalten. Dann die Zodiac. Die bleiben auf jeden Fall. Die bleibt... Die bleibt... Dann... Oh, guck mal, wie staubig die sind. Ja. Weil sie nicht benutzt werden. Aber die bleibt auch von... Die ist von Beauty B, eine Eigenmarke. Und die hat wunderschöne Farben. Habe ich auch schon benutzt. Und die bleibt auf jeden Fall. Dann... Take me back to Brazil. Ja. Na ja, die... Die kann weg. Die kann nach wie vor weg. Dann... Diese Highlighter-Palette hier von BH Cosmetics. Die kann auch weg. Die kann schon lange weg. So. Die von Douglas, die habe ich... Äh... War im Adventskalender. Die bleibt natürlich. Die ist von der... Liebe Katrin von der Rasselbande. Die bleibt. So. Dann haben wir noch... Ähm... Norvina. Anastasia Beverly Hills. So. Die hier. Von der trenne ich mich auch. Die geht auch weg. So. Dann von Jolina Menon die Palette. Nö. Die ist... Die ist schön. Mit Lidl Cosmetics und Jolina Menon. Die ist schön. Die bleibt. Und natürlich meine... Äh... Einer meiner Lieblingspaletten von... Soeva. Die Premiere. Eine wunderschöne Palette. Eine wunderschöne Palette. Die bleibt. Und dann haben wir noch die... Äh... Von Jeffree Star die El... Ne die Elgin nicht die... Wie heißt die Palette eigentlich? Bloodlast. Genau. Die Lilane. Die... Die bleibt auch. Ja. Die bleibt auch. Gut. Super, ey. Okay. Also. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben. Die geht weg. Die geht weg. Die geht weg. Die James Charles. Und die Too Faced Gingerbread. Die gehen weg. Und wer bis jetzt zugeschaut hat, der... Da verlose ich jetzt noch was. Und zwar... habe ich hier von... Äh... Bela Vier. Einmal eine Vanilla Detox Face Mask. Und ein Lemon Shape Body Cream. Und das verlose ich an euch. Äh... Ist unbenutzt. Ne, die habe ich einmal benutzt. Die Maske habe ich einmal benutzt. Das ist noch gar nicht benutzt. Aber, äh... Ihr seht, jetzt ist wirklich alles sauber. Und, äh... Nichts dran. Ich habe im Video zwei Wörter versteckt. Wer die Wörter gefunden hat, schreibt sie denn mit Hashtag und denn die Wörter. Und... Ja. Und alle, die die Wörter gefunden haben, die nehmen an der Verlosung teil. Und bedanke ich mich für's Zusehen. Also, wenn jemand Interesse hat, meldet sich gerne. Ansonsten, ja... Mal gucken. Also, ich behalte sie auf jeden Fall nicht mehr in meiner Sammlung. Und... Ja. Ich muss mich von einigen trennen. Man hat viel zu viel. Es liegt alles nur rum. Und, äh... Wird kaum benutzt. Und andere freuen sich bestimmt, die nicht so viel haben. Und, ja... Alles klar. Ich bedanke mich. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.